Was meine ich damit eigentlich? Ich habe drei Dinge konkret im Kopf. Das erste ist einfach das äußere Erscheinungsbild deiner Klausur. Guck dir deine Klausur mit etwas zeitlichem Abstand selber mal an und überleg, okay, was könnte eine Korrektorin hieran abfacken? Wenn die das vorgelegt bekommt, was nervt die schon? Warum ist die Alme schon jetzt nicht wohlgesonnen, obwohl sie noch keinen Satz gelesen hat? Zu den Sätzen, die du schreibst, kommen wir gleich nochmal. Was wäre eine Möglichkeit, woran das liegt? Das erste Beispiel wäre natürlich das Schriftbild. Ein vernünftiges, also wirklich ein vernünftiges, meines ist auch nicht schön, um Gottes Willen. Aber eins, was man vernünftig lesen kann, wo man nicht reinkriechen muss, wo man einfach zwischendurch mal einen Sichthaken macht, weil man es eh nicht gelesen hat oder nicht lesen konnte, das ist nicht der Sinn der Sache. Versuch es zumindest leserlich zu halten. Nicht so viele Sternchen. Zwischendurch mal eine Zeile freilassen, um mal einen Gedanken abzuschließen. Das sind ja keine großen Sachen. Aber die helfen einfach, deiner Korrektorin ein besseres Gefühl dabei zu geben, warum sie dir jetzt auch eine bessere Note geben sollte. Das ist genauso wie eine Konkurrenzprüfung, die ein strafrechtliches Gutachten abschließt. Wenn man am Ende nochmal kurz eine Konkurrenzprüfung macht, das ist das Letzte, was die Korrektorin im Strafrecht liest von dir. Immer mit einem positiven Votum oder mit einem positiven Gefühl ins Votum wird sie geschickt. Ist so, so viel wert. Äußeres Erscheinungsbild. Jetzt gerade war es schon so ein inhaltlicher Gedanke. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Dann die Frage, ist die Klausur praktisch verwertbar? Das heißt, ist sie abgeschlossen? Ist alles, was du schreiben wolltest, drin? Das kann man nicht immer sicherstellen. Das ist mir auch vollkommen klar. Aber die Frage ist doch, sieht das zumindest so aus? Ist das in sich geschlossen? Vermittelt das den Eindruck der Geschlossenheit? Oder bricht das Gutachten abrupt ab? Wir haben ja eine Kendatin gehabt im Rep. Die hat uns ihre Examensklausuren gezeigt und es war keine zu Ende geschrieben. Und das war ein wesentlicher Eckpfeiler für das Durchfall. Einfach mal sicherzustellen, dass jede Klausur abgeschlossen ist. Dass sie praktisch verwertbar ist. Das ist so wichtig. Jetzt überleg doch einfach mal, wie das in der Praxis wäre. Ich spreche ja gerade die ganze Zeit von praktischer Verwertbarkeit. Überleg dir mal, Richterin oder Richter tritt im Namen des Volkes, tritt auf und sagt, hier, ich verkünde jetzt unser Urteil. Und dann, ja, also wir erkennen jetzt auch den Anspruch. Also der Klage wird stattgegeben, aber wir haben halt nicht zu Ende geprüft. Also wir wollten eigentlich noch, aber wir hatten nicht mehr so viel Zeit. Und deswegen ist jetzt so innen und raus so ein bisschen schwach von uns. Also da bricht dann das Gutachten so ein bisschen ab, das Urteil, was wir geschrieben haben. Aber da müssen sie jetzt mit leben, weil sie kriegen ja hier keine Gerechtigkeit, sondern ein Urteil. Ist nicht Sinn der Sache. Merkst du ja selber, dass das völliger Quatsch ist. Deswegen einfach mal, dich selber darauf zu besinnen und die Lage zu versetzen, warum praktische Verwertbarkeit so wichtig ist, das wird hoffentlich dieses Beispiel hier für dich verdeutlichen. Und dann sehe ich häufig, dass eben Korrektorinnen, die nicht wohl gesonnen sind, ich das auch, auch wenn ich mich davon freimachen will und das Ganze objektiv beurteilen, das kann man nicht, weil ein Mensch und keine Maschine das Ding korrigiert. Einfach, dass ich erkenne, dass Klausuren keinen klaren Fokus haben. Da fehlt es einfach am Schwerpunkt. Und damit meine ich jetzt natürlich auch, dass man sich drei, vier, fünf Schwerpunkte rauspickt, wo man auch ein bisschen mehr schreibt. Und das andere wird etwas kürzer gehalten. Das ist auch was. Aber wo man auch merkt, okay, hier hat Kandidatinnen und Kandidaten sich auf eine Rechtsfrage fokussiert und die mal wirklich auch richtig in die Tiefe behandelt. Das ist die Anfechtung der bereits ausübten Innenvollmacht sein, über die wir eben gesprochen haben. Deine Klausur braucht diesen Fokus. Es gibt immer eine alles entscheidende Rechtsfrage, vielleicht auch eine zweite, wo du richtig Gas geben musst. Und wenn das die Korrektorin erkennt, dass du das gemacht hast, ist sie dir automatisch eher wohlgesonnen und will dir auch eine bessere Note geben, als jemand, der einfach das ganze Ding im Gutachtenstil schreibt, wo im Endeffekt dann auch noch feststeht, okay, das Ding ist nicht mal fertig geworden. Das bricht irgendwann ab und die Klausur ist dann einfach nur noch mit einem kurzen Ergebnis beendet worden. Ja, einfach mal zu schauen, wo sind die Schwerpunkte und kann ich alles, was nicht Schwerpunkt ist, alles, was nicht aufgeworfene Rechtsfrage ist, full circle, wieder zurück zu unserem ersten Punkt, kann ich das vielleicht sogar im Feststellungsstil abhandeln und damit schnell zu Ende bringen, auf das ich Zeit habe, auch bei den wichtigen Punkten wirklich dann zu argumentieren. Fassen wir es nochmal kurz zusammen. Entweder sie, du erzählst ihr nicht, was sie hören will, oder du erzählst ihr zwar, was sie hören will, aber sie versteht dich nicht, oder beides ist gegeben, aber sie will dich nicht verstehen, sie ist dir nicht wohlgesonnen und was kannst du dagegen unternehmen, äußeres Erscheinungsbild praktisch verwertbar halten, klaren Fokus für deine Klausur. Jetzt würde ich gerne von euch im Chat wissen, und wenn du die Aufzeichnungen siehst, kannst du es sehr gerne natürlich auch nochmal ins Kommentarfeld schreiben zum späteren Zeitpunkt, welcher der drei Punkte bereitet dir aktuell die größten Sorgen. Wo würdest du sagen, woran liegt es, dass deine Klausuren aktuell hinter deinen Möglichkeiten zurückbleiben? Was ist der Punkt, wo du sagst, hier muss ich am ehesten anknüpfen, das würde mich sehr interessieren, schreib es gerne in den Chat oder ins Kommentarfeld. Und dann nochmal die kurze Erinnerung an meine zehn Gebote, zehn grundlegende Taktiken kannst du in einer Viertelstunde oder weniger lesen, im besten Fall noch anwenden und dann automatisch weniger auswendig lernen müssen, vor allem von den lästigen Prüfungsschemata und Meinungsstreits, weil ich dir zeige, wie man es macht in den zehn Geburten. Ich sage dir nicht nur, was du nicht tun sollst, ich sage dir auch, was du stattdessen tun sollst und wie du es besser machen kannst. In der Videobeschreibung, im Chat, später auch im Kommentarfeld und sicherlich auch nochmal im Abspann. Das war's. Wunderbar. Okay.